Ja, so wie es hier aussieht, Leute, die Bauarbeiten beginnen. Wir müssen hier leider etwas draußen bleiben, aus Sicherheitsgründen, wegen Steinsplittern und ähnlichen. Hier wird gerade die Säge angeworfen. Also, die Nachrichten haben verbreitet, dass die Demo hier um 13 Uhr sein soll. Die Menschenkette ist für 9 Uhr geplant. Ja, und so ziemlich pünktlich um 8 Uhr fängt es an. Ja, ihr seht gerade, wird eine Steinsäge angesetzt. Das geht alles so ziemlich im Staub und im Lärm unter. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich bin hier an der Eastside Gallery. Hier wird gerade die Mauer durchbrochen von den Bauarbeitern, die wohl eine Genehmigung dafür haben. Jetzt ist hier alles ziemlich voller Steinstaub. Ich muss hier mal ein bisschen weg, sonst habe ich hier nämlich mal ein paar Lungenzüge von dem Zeug. Ich bin hier ein bisschen weg. Ja, ihr seht, das geht unter einer Staubwolke unter. Es ist also wirklich eine... Ein Bild wird zerstört. Vorne ist, seht ihr noch auf der Kante, das Schild vom Denkmalschutz. Das spielte wohl keine Rolle, aufgrund des Gerichtsbeschlusses oder was weiß ich, was der Inglästor da durchgesetzt hat. Ja, vielleicht könnt ihr das mal auch so ein bisschen über die Netzwerke verbreiten. Also, das ist hier ungefähr so 10, 15 Polizisten und vier Mann in der Früh. Das Sägeblatt taucht gerade in die Mauer ein. Schildkiratt! Die Mauer bei der Markehey älein! Schildkiratt! 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 Vielen Dank.